Bei uns im Atelier geht es halt tatsächlich darum, es kommen Menschen zusammen, die kreativ tätig sein wollen. Ob sie jetzt singen wollen oder malen wollen oder Theater spielen wollen, es geht eigentlich nur um die Interessen. Also der Rest ist egal, Hauptsache die Leute haben Spaß am Theater spielen oder haben Spaß am Malen. Und das verbindet halt unglaublich. Und das ist im Gegenteil eigentlich total bereichernd, weil dann Menschen dann einfach Dinge machen oder tun, die halt so alle Normen, die man mal gelernt hat, über den Haufen werfen. Das wiederum macht total viel oder gibt total viel Raum für kreatives Schaffen. Und das finde ich total, also das finde ich super bereichernd und super schön, das auch so zu sehen und auch toll dann jetzt in dieser Position zu sein, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass das möglich ist. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft. Wir berichten hier aus dem kulturellen Leben im Oldenburger Land. Wir sprechen mit Menschen, die die Kultur im Oldenburger Land mitgestalten. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen. Heute sitzt mir gegenüber die Geschäftsführerin des Blauschimmelateliers, Jessica Leffers. Hallo Jessica. Hallo Sarah. Jessica Leffers ist Ethnologin und Volkskundlerin, hat in Münster studiert und wohnt in Bremen. Aber seit vielen Jahren bist du im Oldenburger Land unterwegs. So hast du beispielsweise das Schlossgartenjubiläum in Oldenburg organisiert. Du hast bei der Metropolregion Nordwest eine Erhebung von Kulturinstitutionen und Vereinen vorgenommen und eine große Wanderausstellung mit dem Titel Sehnsucht Europa kuratiert. Du bist freiberuflich auch als Kuratorin unterwegs für Ausstellungen in Hamburg und Japan. Da kannst du gerne auch mehr zu erzählen später. Und eben seit April 2018 bist du im Blauschimmelatelier als Geschäftsführerin tätig. Genau, ich denke da haben wir viele Themen, über die wir heute sprechen können. Fangen wir vielleicht einmal damit an. Wie bist du denn dazu gekommen, Ethnologie und Volkskunde zu studieren? Wie kommt man auf sowas? Ja, also es ist tatsächlich so. Ich war, nach der Schule hatte ich erstmal keine Ahnung, was ich machen möchte. Bin dann im Ausland viel gewesen, unterwegs gewesen. Ich war in Israel, da habe ich zwei Monate an einem Kibbutz gearbeitet und danach habe ich einen Monat in einem Hotel in Jerusalem gearbeitet. War in Uganda für einen Monat. Und so bin ich dann halt mit sehr vielen verschiedenen Kulturen sozusagen in Kontakt gekommen und fand das total spannend. Darf ich mal kurz zwischenfragen, was hast du denn da gemacht? In Israel? Ja, beides. Also in einem Kibbutz, weißt du? Was macht man da? Genau, in einem Kibbutz habe ich in einem Supermarkt des Kibbutz gearbeitet sozusagen. Das heißt, ich musste dann Sachen rausräumen, Preise auf die Lebensmittel drauf machen, Lebensmittel verpacken und so Geschichten. Das war meine Aufgabe da. Aber es war auch immer total toll, weil das war auch ein sehr internationales Team. Wir waren 20 Volontäre, wirklich aus Südafrika, Südkorea, aus den Niederlanden, Dänemark. Und das war total spannend. Wir haben alle zusammen in einem Haus gelebt. Und da kann man sich ja schon vorstellen, es war eine coole Zeit. Ja, das klingt ja nach einer bunten Zusammenstellung. War eine sehr bunte Zusammenstellung. Genau, da habe ich einfach dann so viel auch mit unterschiedlichen Menschen zu tun gehabt. Und da hat sich irgendwann die Frage gestellt, ja, irgendwann war dann auch mein Jahr, mein Sybettlikel sozusagen nach dem Abitur vorbei. Und man musste sich auf Studiengänge bewerben. Und eigentlich wollte ich Landschaftsökologie studieren, in Greifswald, weil es da einen Schwerpunkt gab. Wie hieß das? Ich glaube, Entwicklungs... Das war auf jeden Fall ging es so Richtung Umweltschutz und Entwicklungshilfe. Und das wollte ich eigentlich machen, aber leider war mein MC nicht gut genug. Und ich hatte halt einfach so aus, ja, weiß ich nicht, es kam so aus mir raus. Ich hatte halt als Zweitwunsch Ethnologie einfach angekreuzt und dann ist es halt Ethnologie geworden. Und dann habe ich Ethnologie ein Semester in Münster studiert, habe dann gewechselt nach Hamburg. Genau, und dann in Hamburg war es ganz cool. Da konnte man sich verschiedene Sachen erstmal angucken, bevor man sich festlegen musste. Und dann habe ich mir Psychologie und Soziologie und alles Mögliche angeguckt. Und bin dann in der Volkskunde, hieß es damals, hängen geblieben. Heute heißt es ja Europäische Ethnologie oder Kulturanthropologie. Genau, und so habe ich dann Ethnologie und Volkskunde studiert. Die meiste Zeit in Hamburg tatsächlich. Reingerutscht sozusagen. Genau, reingerutscht. Genau, weil es einfach spannend, total spannend und interessant war. Ja, was macht man da so im Studium? Also ist das mehr so ein Literaturstudium oder ist das mehr irgendwie praxisorientiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist tatsächlich relativ praxisorientiert auch gewesen. Also klar, es war viel auch so wissenschaftliches Arbeiten, Lesen von wissenschaftlichen Texten. Aber wir haben auch Methodenseminare und sowas gehabt, wo wir dann Feldforschung durchführen mussten, kleine und Interviews führen und so Geschichten. Und das dann halt auch alles immer so im Rahmen von kleinen Projekten ausprobiert haben. Und ich musste zum Beispiel auch ein Feldforschungspraktikum machen während meines Studiums. Da war ich dann in Mexiko zweimal drei Monate. Und was hast du da untersucht? Genau, da habe ich in so einem kleinen indianischen Dorf gelebt, in Chiapas. Und da habe ich zu der Kleidung der Frauen geforscht, welche Bedeutung die Kleidung für Identität und Individualität der Frauen hat. Und die haben halt so ganz tolle Stickereien auf ihren Blusen drauf. Da habe ich auch Sticken gelernt. Auch Weben habe ich gelernt. Genau, weil die haben so selbstgelebte Gurke getragen. Genau, das nannte sich dann teilnehmende Beobachtung, was ich da gemacht habe. Und darüber habe ich dann ein Bericht nachher auch geschrieben. Und das war dann mein Feldforschungspraktikum, was ich gemacht habe. Das klingt ein bisschen wie Trachtenforschung, was man hier macht. Ja, ich glaube, ich stehe in die Richtung. Ja, ich denke, das ist eigentlich das Gleiche. Ja, spannend. Okay, gut. Aber genau, dann hast du in Hamburg zu Ende studiert. Und bist du dann in Hamburg geblieben oder was hast du dann gemacht? Also ich bin dann tatsächlich auch erst mal, auch nach dem Studium, habe ich mir dann nochmal ein Zubesicle genommen. Und dann war ich in Mexiko ein Jahr. Okay. Genau, weil da wollte ich ganz gerne auch nochmal mein Dorf sozusagen suchen und hatte da auch die Möglichkeit, bei zwei Nichtregierungsorganisationen mitzuarbeiten. Okay. Das eine war eine medizinische Organisation, die hieß SADEC. Und da habe ich dann so Flyer und sowas übersetzt ins Deutsche, weil die natürlich auch versucht haben, in Deutschland Geld zu bekommen. Und bei der anderen Organisation, die hieß Madre Tierra Mexico. Und da haben wir dann so auch wieder so in vielen kleinen Dörfern haben wir Workshops durchgeführt, wo es dann eigentlich darum ging, ja so die Organisationsstruktur vor Ort zu stärken. Und dass die Leute halt lernen, wie man sich gut organisieren kann und man eben auch für seine eigenen Rechte eintreten zu können dem Staat gegenüber. Ah, okay. Genau. War das ein indianisches Dörfer? Ja, es waren verschiedene Dörfer, wo wir waren. Teilweise waren das auch indigene Dörfer, aber teilweise waren das einfach Kleinbauern, die dann irgendwie, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also eine Kommodität, wo wir mehrmals waren, da musstest du erstmal anderthalb Stunden den Berg hoch gehen, zu Fuß, um da überhaupt hinzukommen. Also wir hatten keinen Strom, kein Wasser, gar nichts. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, das gibt es, aber gibt es da tatsächlich. Das ist ja noch an vielen Orten auf der Welt. Ja, genau. Und dann gibt es, da haben wir dann eben mit den Leuten vor Ort dann meistens eine Woche etwa verbracht und mit denen zusammengearbeitet. Ja, krass eigentlich. Krasse Arbeit, finde ich. Das war total spannend. Also da war eigentlich im Prinzip auch schon, da ging es eben auch um so Vermittlung von Projektmanagement-Tools im Kleinen. Also wie stelle ich eine Agenda auf? Das sind ja alles Sachen, die jetzt auch für meine Arbeit wichtig sind, wo ich halt mehr so einen Kulturmanagement-Bereich mache und halt nicht mehr so als Ethnologin arbeite. Wer weiß, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, vielleicht geht das so ein bisschen darauf zurück. Ja, das ist aber interessant. Wie hast du denn den Sprung zum Schlossgarten-Jumiläum gemacht? Kam da noch was zwischen oder wie? Ja, wie ging es dann weiter? Aha, genau. Ich habe danach, also ich hatte während des Studiums schon im Völkerkundemuseum in Hamburg gearbeitet als studentische Hilfskraft. Und ich fand die Arbeit total vielfältig und spannend. Und habe mich dann nach diesem einen Jahr in Mexiko dann gezielt auf Museumsvolontariate beworben. Habe dann recht schnell eigentlich ein Volontariat bekommen in Hannover im Historischen Museum. Genau, und dort habe ich dann eine Ausstellung auch kuratiert zum Thema Arbeitsmigration. Da habe ich dann auch ganz viel mit sogenannten GastarbeiterInnen zusammengearbeitet, Interviews geführt und so weiter. Und da konnte ich ja auch ganz gut meine ethnologischen Tools und so weiter, also wie führe ich ein Interview. Meine Spanische Kenntnisse waren da ziemlich hilfreich, weil sehr viele Spanier und Spanierinnen eben in den 60er Jahren nach Hannover gekommen sind. Wie zum Beispiel bei Balsen gearbeitet haben oder bei Continental oder so. Genau, und da habe ich dann auch einen ganz guten Zugang zu der Community bekommen sozusagen. Genau, und daraus ist dann nachher eine Ausstellung entstanden. Und so bin ich in dieses Ausstellungswesen reingekommen. Danach habe ich mich dann aber eher, es ist ja so mit der kuratorischen Arbeit auch immer nicht so einfach, was zu finden. Und habe auch eigentlich immer viel von dem, was ich gemacht habe, hat ja auch mit Projektmanagement zu tun gehabt. Und dann, genau, wurde ich eben angesprochen tatsächlich, ob ich das Schlossgartenjubiläum, ob ich da die Koordination übernehmen möchte. Genau, und dann zu der Zeit hatte ich einen Job in Hamburg, der mir nicht so gut gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, das mache ich. Genau, und so bin ich dann nach Oldenburg gekommen und habe dann das Schlossgartenjubiläum koordiniert und eine kleine Ausstellung dazu im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte kuratiert, mit anderen zusammen auch. Ja, es war eine große Aktion, hat man zumindest in der Stadt Oldenburg ziemlich viel von mitbekommen. Genau, und so waren dann deine Schritte ins Oldenburger Land, sage ich mal so. Genau, genau. Und dann bist du ja ein bisschen hier hängen geblieben, ne? Genau, dann bin ich ein bisschen hängen geblieben. Also es ist ja tatsächlich so im Kulturbereich, muss man ja sagen, es ist ja schon so, dass immer viel so über Netzwerk und so weiter läuft. Und ich hatte eben durch das Schlossgartenjubiläum einfach sehr viel Kontakt auch schon, halt zu allen möglichen Institutionen und Einrichtungen, unter anderem zur Oldenburgischen Landschaft. Ja, genau, und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Ich habe zum Beispiel nochmal auch eine andere Ausstellung noch gemacht, aber irgendwie bin ich halt hier in Bremen geblieben und hatte den Kontakt hierher. Und ja, und dann hat sich das eben so ergeben, dass dann eins nach dem anderen kam und dann immer wieder irgendwas in Oldenburg sich ergeben hat. Zum Beispiel haben wir beide uns ja kennengelernt, als du hier bei der Oldenburgischen Landschaft angefangen hast. Und ich ja zeitgleich auch. Wir haben beide zusammen quasi hier angefangen. Wir saßen im selben Büro. Und saßen im selben Büro, genau. Ja, ich weiß auch, es hat Spaß gemacht. Das war echt schön, genau. Genau, und du hattest dann ja diese Erhebung, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, gemacht, eine Befragung von Kultureinrichtungen. Genau, und daraus hat sich dann ja noch ein größeres Projekt entwickelt. Magst du davon noch erzählen? Genau, also bei dem Sehnsucht Europa-Projekt, das war auch wieder so ein Vernetzungsprojekt, wo ganz viele verschiedene Einrichtungen daran beteiligt waren, in Oldenburg, Bremen, Sieke, Delmhorst und Lohne. Genau, das Industriemuseum Lohne war auch dabei. Das heißt auch schon sehr viele Einrichtungen aus dem Oldenburger Land. Und das waren teilweise Museen und teilweise aber auch soziokulturelle Einrichtungen, vor allem eben aus Bremen. Und da ging es darum, also wir haben eine Ausstellung gemeinsam entwickelt, wo es darum ging, Projekte vorzustellen, wo vor Ort Museen oder Kultureinrichtungen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Geflüchteten zu der Zeit, weil das ja mit den Geflüchteten ein großes Thema, zusammenarbeiten, um einfach anderen Kulturschaffenden auch mal so ein paar Ideen an die Hand zu geben, wie denn so eine Zusammenarbeit eigentlich aussehen kann. Und wir hatten halt bei dieser Ausstellung dann auch noch so ein Überthema, dass wir eben auch so eine Reflexionsebene bei den Besucherinnen und Besuchern anstoßen wollten, dass wir dann eben für jeden Ausstellungsteil eine Frage entwickelt haben, die dann auch zu den jeweiligen Projekten vor Ort gepasst hat. Zum Beispiel das Industriemuseum Lohne hatte sich beschäftigt mit, ja auch der Geschichte der Gastarbeit in Lohne, wie das kam, wo die Arbeiten, wo die herkommen und was auch für Erfahrungen die gemacht haben über die unterschiedlichen Generationen hinweg. Und da war das Thema war, was bedeutet Heimat? Genau. Und wir haben dann eben da die Frage entwickelt für das Publikum, was bedeutet Heimat für dich? Und da mussten dann die Besucherinnen und Besucher Konten dann halt eine Postkarte ausfüllen und hinhängen, was Heimat eben für sie bedeutet. Das war immer so vom Konzept her, haben wir sozusagen Fragen, die innerhalb der Projekte gestellt wurden, haben wir dann sozusagen an die Besucherinnen und Besucher weitergereicht, damit sie dann auch einfach nochmal sich überlegen können, was bedeutet denn das eigentlich für mich? Weil so was bedeutet Heimat? Um bei dem Thema zu bleiben, ist eben eine Frage, die auch total unterschiedlich beantwortet wird von ganz vielen Leuten. Und was ich gerade bei diesem, genau, was ich da total spannend fand, war, dass da wirklich sich unglaublich viele Leute haben was auf diese Postkarten geschrieben. Von wegen auch Kinder und so. So Heimat bedeutet für mich meine Familie oder Heimat bedeutet für mich ein Bier am Abend in der Kneipe. Irgendwie sowas halt. Und das war dann eigentlich ganz toll und spannend, dass das auch so eine Art Dialog war. Ich habe dann die Ausstellung, das war ja eine Wanderausstellung, die an den unterschiedlichen Orten gezeigt wurden, an den unterschiedlichen Orten, wo eben die Projektpartner saßen. Und ja, und ich war dann eben auch mit dem Auf- und dem Abbau nachher beauftragt. Und das war dann auch total, ja, schön einfach zu sehen, was die Leute so hinterlassen haben. Viele Themen, die du bearbeitest, haben ja den Überbegriff kulturelle Teilhabe. Was bedeutet das denn? Ja, das ist eigentlich eine echt gute Frage, weil es ist ja schon eine ganz schöne abgedroschene Floskel mittlerweile, ne? Kulturelle Teilhabe. Und wenn man sich das mal so überlegt, so Teilhaben, ist eigentlich auch wieder so ein bisschen, eigentlich ist das auch wieder so ein bisschen von oben herab, finde ich, oder? Weil du sagst quasi, du gibst jemandem die Möglichkeit, teilzuhaben. Also, das ist eigentlich, eigentlich ist das auch kein schöner Begriff, finde ich, ne? Sondern es geht ja eigentlich viel mehr darum, dass man, ja, das weiß ich nicht, kulturelle Unterschiede oder so, einfach, darum geht es nicht, ne? Sondern es geht einfach darum, dass man gemeinsam was tut, dass man gemeinsam Dinge macht, an denen man Freude hat vielleicht, dass man sich irgendwie, dass man eine Verständigungsebene findet. Natürlich gibt es gewisse Gesetze, an die müssen sich halt alle halten, klar. Aber so im Zusammenhang mit Kultur, es ist eigentlich eher so ein Problem, glaube ich, der Kultureinrichtungen, muss man sagen. Weil das ja auch, wenn man sich überlegt, wer leitet denn die Kultureinrichtungen, dass dann einfach auch viel, dann werden halt Themen gemacht, die man selber interessant findet vielleicht, ne? Und wo man denkt, das ist wichtig, aber wer sagt denn, welche Themen sind wichtig und wer gibt die Themen vor? Und das ist ja dann auch wieder so eine Frage, weil eigentlich müsste man viel mehr Menschen auch, die einen Migrationshintergrund haben, müssten viel mehr eigentlich auch in so Positionen sein, wo sie halt im kulturellen Bereich halt das kulturelle Geschehen beeinflussen, ne? Und dann eben auch ein Team vorgeben können. Ich finde auch, das ist ein recht künstlicher Begriff, kulturelle Teilhabe und vor allem irgendwie auch ausgrenzend. Man nimmt ja an, jemand nimmt nicht teil, also ist nicht, ja, nicht teil. Und in unserem Fall ist es schon, dass die Mehrheitsgesellschaft meint, dass Minderheiten in irgendeiner Form nicht an der Mehrheit teilnehmen. So, und das, ja, ist schon ziemlich ausgrenzend und das ist auch ein Vorteil, weil ich glaube nicht, dass das so stimmt. Und tatsächlich ist es so, dass dann eben auch, wenn viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft zusammen sind, dass sie dann vielleicht auch einfach nicht mehr sehen, dass es auch noch andere Themen gibt. Wenn man immer so in seinem Kümel ist, ist es schwierig, über den Teller ranzugucken. Es ist ja nicht böse gemeint, das ist ja jetzt keine Unterstellung, aber es ist einfach eine Tatsache. Man muss schon, finde ich, Strukturen schaffen, in denen es möglich ist, dass auch andere Stimmen gehört werden oder Menschen gesehen werden. Und genau. Auf jeden Fall, finde ich total, hast du schon zusammengefasst. Ja, tatsächlich. Das Gleiche ist, finde ich, auch der Begriff Migrationshintergrund. Denn interessanterweise nennen wir Menschen mit Migrationshintergrund, ich erinnere nur welche, die auch stigmatisiert sind. Also niemand würde irgendwie einen schwedischen Einwanderer als Migrationshintergrundsmenschen bezeichnen. Also es hat auch immer was mit sozialen Perspektiven zu tun, mit sozialer Ausgrenzung, um jemanden als Mensch mit Migrationshintergrund zu bezeichnen. Ja, und es ist ja tatsächlich auch irgendwie, ich meine, es ist ja auch schlimm, weil du bist hier geboren, du bist hier zur Schule gekommen, gegangen und dann wirst du immer noch wieder gesagt, ach so, du da, du mit deinem Migrationshintergrund oder weiß ich nicht was. Deshalb ist es auch so genau so eine Sache, das habe ich auch immer mal wieder so begegnet, ich begegne, ich bin nicht Menschen begegnet, die aussehen, als ob sie wahrscheinlich nicht unbedingt ihre Wurzeln in Deutschland haben, aber die natürlich auch total genervt sind, wenn dann irgendwie Leute sagen so, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Sache, die auch so ein bisschen rauswächst, weil ich sehe das auch immer so bei den jüngeren Menschen, ist das überhaupt kein Thema mehr, ist so mein Eindruck, was ich so mitkriege auch so von Praktikantinnen und Praktikanten bei uns oder so. Ich mag je jetzt, dass es irgendwie wirklich einfach irgendwie eher noch so ein Päckchen ist, was unsere Generation und die Generation darüber halt immer noch mit sich rumträgt und es immer noch nicht fassen kann, vielleicht, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass einfach Menschen ursprünglich mal aus allen möglichen Ecken gekommen sind. Und auch ich habe Vorfahren in Frankreich und ja, es ist halt 200 Jahre her und sieht man mir vielleicht nicht unbedingt an, aber mein Gott, so, ne? Ja, das denke ich auch. Und mir gibt es große Hoffnung zu sehen, dass das so, ich sage mal, so die 20-Jährigen, dass es für die völlig selbstverständlich ist, zum Beispiel auch geschlechtergerechte Sprache zu fänden und solche Dinge. Also, dass für die Vielfalt jetzt kein schwieriger Akt ist, für den man einen Begriff braucht und der dann mit Projekten gefördert wird, sondern der einfach selbstverständlich ist. Und mir gibt das sehr große Hoffnung. Ja, doch, ich bin da auch echt optimistisch. Genau, ich merke einfach auch, dass bei uns auch viele Menschen so einen Migrationshintergrund, so genannt, sind wir schon wieder bei dem Rippen, also wieder total, haben wir auch Leute, die dann einfach so einen türkischen Namen haben, die bei uns das Praktikum machen, aber es spielt einfach überhaupt keine Rolle. So, und das finde ich total gut und wichtig auch und finde ich auch toll. Jetzt sind wir aber sehr weit abgekommen. Wir waren ja eigentlich noch so ein bisschen bei deinem Lebensweg, denn wir wollen natürlich auch über deine gegenwärtige Tätigkeit sprechen. Du bist ja die Geschäftsführerin vom Blauschimmel-Atelier. Was ist ein Blauschimmel-Atelier? Das Blauschimmel-Atelier. Also, wir sind ein Verein, der 1998 gegründet wurde und wir machen inklusive Kunst- und Kulturprojekte. Das heißt, wir machen Projekte mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen und wir haben einen Bereich Darstellende Kunst mit Theater, Maskentheater, einen Bereich Bildende Kunst und einen Bereich Musik mit einem Chor und einer Band. Und wir haben Kurse, die regelmäßig, also wöchentlich stattfinden und wir machen aber auch Projekte, die so ein bisschen Richtung Soziokultur gehen, wo es um Gegnung geht, oder auch Kunstprojekte, die wir dann im öffentlichen Raum präsentieren oder aktuell zum Beispiel ein Projekt, was die europäische Landschaft fördert, ist Wir sind Paula. Das ist ein Kunstprojekt, wo sich die Leute halt bei uns treffen und dann nach dem Vorbild Paula Modersohn-Becker sich halt mit ihren eigenen Themen auseinandersetzen. Da wird es dann auch ab November eine Ausstellung geben in der Kinderbibliothek am PFL. Und genau, da kommen die Leute. Ja, jetzt Corona hat uns da ja auch ein bisschen zurückgeworfen. Vor Corona waren fast 20 Leute da, die halt wöchentlich gekommen sind und sich dann im Atelier getroffen haben und da eben Bilder gemalt haben und sich mit Paula Modersohn-Becker beschäftigt haben und das ganz toll fanden. Wir haben jetzt während Corona in diesem Projekt haben die Leute Hausaufgaben nach Hause geschickt bekommen und wir haben jetzt letzte Woche dann auch wieder angefangen, in kleinen Gruppen vor Ort zu arbeiten mit den Leuten. Also eine Ausstellung wird zustande kommen. Genau, die Ausstellung wird zustande kommen. Es ist jetzt schon ganz viel Material da und auch ganz tolle Sachen. Und da sind schon alle Hörer, weil es bis dahin ausgestrahlt wird, der Vostrad-Podcast ganz herzlich eingeladen geht, mal vorbeizuschauen. Zur Info, wir sind gerade im September. Ja, November ist nicht mehr so lange hin. Ne, genau. Also wir produzieren immer so ein bisschen im Fokus raus, dass ich halt ankündigen kann, was als nächstes kommt zum Beispiel. Und diese Folge wird wahrscheinlich Mitte Oktober erscheinen. Ah, super. Soweit bin ich schon. Genau. Genau. Das ist jetzt ein aktuelles Projekt. Warum denn Blauschimmel? Schimmel sind doch weiß. Genau, ja. Gut, dass du zumindest schon mal darauf hinweist, dass es nichts mit dem Schimmel zu tun hat, den man im Haus oder auf dem Käse mal hat. Ja. Es gab mal so einen ganz lustigen Artikel zu unserem 20-jährigen Jubiläum vor zwei Jahren. Alles andere als alter Käse. Genau. Das geht halt darauf zurück, dass blau ist die Farbe der Antipsychiatriebewegung. Die Antipsychiatriebewegung war in den 60er, 70er Jahren sehr stark. Und zu der Zeit war es halt so, dass Menschen, die halt anders waren, das ist auch schon wieder ein bisschen beim Thema, ne, kulturelle Teilhabe eigentlich, oder wer definiert, was richtig, falsch, normal ist und so weiter. Genau, dass Menschen, die eben nicht normal waren, in Anführungsstrichen, halt, ja, weggesperrt wurden oder halt auch, es wurden ja auch teilweise auch die Nervenstränge durchgeschnitten, also Logotomie hieß das. Also einfach, es gab ganz schlimme Zustände in den Psychiatrien, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und es gab dann, bis in den 50er Jahren, weit, 60er, um Gottes Willen. Ja, ja, also es war wirklich schlimm. Und genau, da gab es eine Bewegung, die in Triest ihren Anfang nahm, die Antipsychiatriebewegung. Da war es so, dass sich dann halt Pfleger, Erste und Patienten halt gedacht haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es muss irgendwie anders laufen. Und die haben dann eben angefangen, ja, ganz viel so Kunst und so weiter auch zu machen und haben eben versucht, in die Öffentlichkeit zu gehen damit. Sie haben dann zum Beispiel auch, das ist eigentlich so dieser, das, was immer wieder so auch im Zusammenhang mit der Antipsychiatriebewegung, was man liest, die haben ein Pferd gebaut, ein riesengroßes Pferd aus Pappmaschinen, genau, in einem Raum und das Pferd war nachher zu groß, das hat nicht mehr durch die Tür gepasst. Oh nein. Und dann haben sie die Wand eingeschlagen und sind mit diesem Pferd auf ein Volksfest gegangen, mit den ganzen Patienten und Ärzten und Pflegern und so weiter zusammen. Und das war so der Beginn der Antipsychiatriebewegung. Das ist natürlich ein tolles Bild, sag ich mal, von der Vorstellung her, dass die die Wand einreißen, um mit diesem Pappmaschee-Pferd die Welt zu ändern. Ja, genau. Und dann ging es halt danach, ging es dann eben auch los. Da war Italien tatsächlich auch viel weiter, als wir in Deutschland. Dass die Leute dann dezentral untergebracht wurden, halt nicht mehr in einer Psychiatrie, in einer Anstalt, sondern halt, wo dann mehr auch so versucht wurde, die Leute zur Selbstständigkeit zu unterstützen, dass sie selbstständig auch Sachen machen können und dass sie nicht total beformuliert werden, dass sie halt auch Rechte haben und eine Meinung haben. Ich meine, das waren ja auch dann so Krankheiten wie, naja, sowas wie Depressionen oder sowas, was dann auch nicht normal war und dann sind die Leute mal eben weggesperrt worden. Also wirklich, ja, genau, ganz schlimm. Und insofern war das so der Beginn, wo dann sich so ein bisschen genau der Mind sozusagen auch geöffnet hat in der Öffentlichkeit und dann eben auch so diese Ebene, ja, was ist denn eigentlich normal und wer definiert denn eigentlich, was normal ist? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, ne? Also, weil das ist ja auch eigentlich so die Essenz von der Ethnologie, ne? Das kann man so auch sagen. Da geht es ja auch drum. Man versucht ja, Kulturen zu verstehen, aber aus sich selbst heraus, ne? Das nennt sich dann ehemische Sichtweise, dass man versteht, warum bestimmte Sachen in einer Kultur eben gemacht werden und das hat ja auch irgendwelche Gründe, ne? Und, ja, dass man dann einfach immer mal wieder so seine eigene Sichtweise auch hinterfragt, weil man selbst beurteilt es ja, Man selbst, wir selber beurteilen ja immer, ach, das ist aber nicht normal oder das macht man doch anders und so, ne? Aber es kommt ja irgendwo her, dass man das denkt. Ja, ne? Weil man so aufgewachsen ist und wo sich der Kreis wieder schließt, wenn man immer nur mit derselben Art von Mensch aufwächst und nie versucht, andere Kontakte zu knüpfen oder keinen Zugang dazu hat, dann kriegt man es ganz läufig vielleicht einfach so komisches Bild von der Welt. Ja, und das finde ich zum Beispiel total toll bei uns bei der Arbeit einfach. Also bei uns im Atelier geht es halt tatsächlich nicht darum, dass Menschen eine Beeinträchtigung haben oder nicht, sondern es geht darum, es kommen Menschen zusammen, die kreativ tätig sein wollen. Ob sie jetzt singen wollen oder malen wollen oder Theater spielen wollen, es geht eigentlich nur um die Interessen und es ist eigentlich egal. Also der Rest ist egal. Hauptsache die Leute haben Spaß am Theater spielen oder haben Spaß am Malen. Und das verbindet halt unglaublich. Ja, klar. Weil da spielt es dann wirklich keine Rolle mehr, ob jemand eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Und es ist im Gegenteil eigentlich total bereichernd, weil dann Menschen, viele bei uns haben halt kognitive Beeinträchtigungen, also geistige Beeinträchtigungen, dann einfach Dinge machen oder tun, die halt so alle Normen, die man mal gelernt hat, über den Haufen werfen. Und das wiederum macht total viel oder gibt total viel Raum für kreatives Schaffen. Weil man da nicht mehr so gefangen ist in diesem so, oh, kann ich das jetzt so machen? Müsste ich das nicht so machen? Sondern einfach so, ich mache es jetzt einfach, weil es kommt aus mir heraus. Und das finde ich total, also das finde ich super bereichernd und super schön, das auch so zu sehen und auch toll dann jetzt in dieser Position zu sein, dass ich das ermöglichen kann oder meinen Beitrag dazu leisten kann, dass das möglich ist. Ja, das schärft auch die eigene Wahrnehmung. Wie sieht man die Welt und wie kann man sie noch sehen, denke ich. Ich habe ja mal ein Chorkonzert besucht von euch, das fand ich ganz toll. Das war richtig meditativ, weil jeder in seinem Instrument so ein bisschen versunken war. Gleichzeitig haben alle zusammen gespielt und es war eben für das Publikum. Also es war eine ganz tolle Atmosphäre. War es Chor oder war das unser Blue Screen Ensemble? Oh, das weiß ich gar nicht. Nee, das war die Instrumente. Ja, aber das war unser Blue Screen Ensemble. Genau, nicht unser Chor. Unser Chor ist auch ganz toll. Es ist auch immer ganz viel, also wenn wir auftreten, dann wird eben ganz viel auch gemacht, dass die Leute eben mitsingen können und also gemeinschaftliche Sachen werden dann war, das ist auch ganz toll. Gerade beim Singen macht es Sinn, wenn man das gemeinsam macht. Ja, aber auch das Publikum dann eben mit eingezogen wird und so. Ja, ja. Da entstehen immer ganz, ganz tolle Sachen. Ach, schön. Also wir machen auch, also wir haben ja die unterschiedlichen Sparten und dann machen wir immer wieder auch so spartenübergreifende Projekte. Und ein ganz großes Projekt, was wir gerade aktuell dran arbeiten, ist Rabattenrabatz, nennt sich das. Und wir werden nämlich im Park der Gärten in Bad Zwischenan nächstes Jahr die Gartensaison eröffnen. und dann werden alle unsere Gruppen werden was beitragen zum Thema Garten. Da gibt es dann zum Beispiel eine Gruppe Schnittblumen, die sich mit den Problemen der Schnittblumen auseinandersetzen und dann eben ja Inszenierungen im Garten machen. Genau, unsere Hundemasken werden da sein. Oh, die Masken, die sind toll. Genau, unsere Masken ist auch so ein bisschen das, womit wir häufig assoziiert werden, weil mit den Masken gehen wir ja dann eben sehr viel auch raus und sind dann so in der Innenstadt unterwegs. Genau, es werden auch so Fantasieblumen aus Pappmaché entstehen, die dann ausgestellt sind im Garten. Unsere Band wird ja Gartenmusik entwickeln. Unsere Maler werden als Landschaftsmalerinnen und Maler im Park der Gärten stehen und Bilder malen. Genau, das ist so ein ganz großes Projekt, wo wir alle auch gerade ganz Feuer und Flamme sind und in den kleinen Gruppen daneben arbeiten. Und ja, genau, das wird bestimmt eine tolle Sache. Ja, das klingt auch toll. Da habe ich richtig Lust. Ja, super. Wann wird das eröffnet? Im April. Ich habe jetzt leider nicht genau das Datum, aber das kann man rausfinden. Genau, ja. Ja, cool. Habt ihr denn was mit dem, die heißen auch Blauschindel, glaube ich, in Bremen gibt es so etwas ähnliches. Habt ihr was mit dem? Blaumeier. Blaumeier. Genau, das ist das Blaumeier-Akrie in Bremen. Das Blaumeier-Akrie ist schon älter als wir, 30 Jahre mindestens, oder über 30 Jahre, glaube ich, gibt es die schon. Und tatsächlich sind einige der Gründer des Blaumeier-Akriees in Bremen, haben auch das Blauschindel-Akrie in Oldenburg mit gegründet. Genau, es gibt insofern eine Verbindung, aber wir haben jetzt so in unserem Arbeitsalltag jetzt nicht mit denen zu tun. Die waren schon eher so Bremen und wir machen eben Oldenburg, Oldenburger Land und auch so die Regionen kommen, die Leute kommen auch aus ihrem Recht und drumherum und so zu uns. Und so weit sogar. Ja, Wildeshausen. Ja, toll. Genau. Ja, Mensch, da haben wir viel, viel erfahren von dir. Jetzt haben wir aber noch am Ende unserer Folge unsere drei Fragen und die möchte ich natürlich auch dir stellen. Unsere erste Frage befasst sich mit dem Oldenburger Land. Wir haben ja hier diese großen Karten im Podcast-Studio, wo die schönsten Orte im Oldenburger Land gekennzeichnet sind und da möchte ich auch gerne von dir hören. Was ist denn für dich der schönste Ort? Ui, das ist wirklich schwer zu beantworten, weil es gibt ja so viele schöne Orte im Oldenburger Land. Ich mag natürlich das Meer total gerne, also Budjading zum Beispiel finde ich total toll, da auch diesen Steg, den es da gibt durchs Watt. Ja. Genau, da war ich irgendwann mal, das war total irre, im Nebel. Da sind wir dann in Bremen losgefahren, weil das Wetter total schön war und wir gedacht haben, wir machen jetzt mal einen spontanen Ausflug ans Meer, sind nach Budjading gefahren und dann, genau, dann war aber Budjading total vernebelt. Wow. Also man hat echt keine zehn Meter weit geguckt, Kurt konnte keine zehn Meter weit gucken, aber wir waren dann auf diesem Steg und das war total cool, weil man ist über diesen Steg gelaufen und man hat eigentlich gar nicht gesehen, worüber man läuft. Also man hat den Steg gesehen, aber man hat das drumherum nicht gesehen. Ja. Das war wie so ein unendlicher Weg quasi, also man hat ja nur zehn Meter gesehen, aber du konntest halt rechts und links nicht sehen, was da ist, du hast das Meer nicht gesehen, das Watt hast du nicht gesehen, du hast halt nur ein Stück von dem Steg gesehen, wo du gegangen bist und das war total cool. Ja, das glaube ich. Das war faszinierend und da haben wir dann auch irgendwie gedacht, boah, das ist ja voll der Fissensteg und dann sind wir irgendwann anders nochmal da gewesen und dann hat die Sonne geschienen und dann war es plötzlich so, da ist ja eine Düne, da ist ja gar nicht das Meer, beziehungsweise da ich nicht Düne, aber es war mir total lustig, das dann einfach nochmal so zu sehen. Also das fand ich schon total toll. Aber ich finde auch zum Beispiel den Schlossgarten mag ich natürlich auch sehr gerne, finde ich auch echt toll. Hier in der Stadt Oldenburg. Hier in der Stadt Oldenburg, genau, oder den Park, inzwischen, den Park der Gärten, ach genau, habe ich gerade von erzählt. Den Park der Gärten mag ich auch total gerne, finde ich auch total toll. Ja, ich finde, es gibt total viele schöne Orte, deshalb ist es eigentlich sehr, sehr schwer zu sagen. Aber Budjading ist schon mal ein schönes Beispiel, das checken wir ein. Sehr gut. Gut. Was bedeutet denn Heimat für dich? Was für mich Heimat bedeutet? Für dich ganz persönlich, genau. Du hast dich ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, auch schon ein bisschen damit beschäftigt. Also für mich persönlich ist Heimat tatsächlich so ein bisschen der Ort, wo ich geboren wurde, Münster, aber ich finde irgendwie, für mich gibt es eben so Heimat und Zuhause. Genau, und eigentlich ist für mich Zuhause wichtiger als Heimat. Und Zuhause ist da, wo ich wohne und wo ich mich wohlfühle. Und auch sind eben auch die Leute drumherum, spielen halt eine wichtige Rolle. Und das ist für mich das Zuhause. Und das ist für mich eigentlich noch wichtiger als Heimat. Heimat ist für mich eher sowas, ach, das ist so, da hab ich halt geboren. Punkt. Also ich hab da jetzt nicht so große Emotionen dran. Für mich ist eigentlich das Zuhause viel wichtiger. Da, wo ich bin, ich mich halt wohlfühle, dass ich mir ein Zuhause schaffe, durch das Umfeld, was ich mir schaffe. Und das kann auch wechseln, das Zuhause? Das kann auch wechseln, ja. Das finde ich eine tolle Definition. Heimat und Zuhause sein. Ja, danke schön. Gern geschehen. Und die dritte Frage beschäftigt sich mit der Zukunft des Oldenburger Landes und in deinem Fall auch des Bremer Landes. Denn es geht ja auch darum, dass man selber etwas tut oder tun kann, um die Zukunft zu gestalten. und da frage ich einen Moment, da ist die Frage, was tust du ganz persönlich, um weiterhin im Oldenburger und Bremer Land gut leben zu können? Ja, also mir ist tatsächlich auch so, ja, Klima und so weiter ist mir schon auch wichtig, dass ich schon auch irgendwie versuche, möglichst wenig Plastik zu verwenden, möglichst regionale Dinge einkaufen und so Geschichten. Also das sind Sachen, weiß ich, ich finde auch, seit ich auch jetzt durch Corona ja, würde ich auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber eigentlich die größte Katastrophe, mit der wir konfrontiert sind, ist halt der Klimawandel. Und ich glaube, da ist es halt total wichtig, was zu machen. Aber ich glaube halt auch, dass das nicht an den einzelnen Menschen liegt. Einzelne Menschen können einen kleinen Beitrag leisten, aber eigentlich geht es wirklich darum, dass auf politischer Ebene da mehr passiert und das wirklich, ja, also es muss wirklich ein großer Wurf werden. Ich glaube, kleine Würfe helfen dann nicht mehr. Ja, vielen Dank, Jessica, das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir, dass du heute hier bei uns warst im Podcast-Studium. Ich danke dir auch, Sarah, du hast tolle Fragen gestellt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein und ja, ich bin gespannt. Gut, danke und tschüss. Ja, tschüss. und dann kommt der Abspann. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Like-Button. Sie können auch ein Kommentar da lassen. Uns interessiert Ihre Meinung. Wir haben die Links und die Hinweise aus der Sendung, weiterführende Tipps und einige Bilder zusammengestellt und diese sind auf unserer Webseite zu finden. Ein- bis zweimal im Monat wird eine neue Folge veröffentlicht. Wenn Sie den Kanal abonnieren, werden Sie darüber informiert. Hier erzählen Menschen aus dem Oldenburger Land über das Oldenburger Land, über Traditionen, über Natur und vor allem über Kultur. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen.